Hallo und willkommen zu meinem Spam Megaman 2, ja! Und, ich hab mich informiert, ja, es dauerte eine Sekunde. Und, ihr hört sich glauben, Airman. Wenn ich Airman benutze, sollte es leichter... Oh, scheiße, der ist ja gleich tot. So, okay. Das war jetzt mal zu easy, also, okay. Sehr gern. Und, okay, Quickman benutze ich. Quickman, äh, Crash Bombs, nö. Ah, hier waren Crash Bombs angesagt. Ne, vergiss es. Die Crash Bombs kann ich überhaupt nicht so richtig. Außerdem habe ich keine Crash Bombs. Okay, ich dachte, ich wäre tot. Dann habe ich mich schon aufgeladen, ich weiß nicht. Egal. Gut, Bubble Man. Kein Diverdick, äh. Ne, war Metal Man. Denn, das hatte ich eben, glaube ich, auch. Bum, 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 bum. Kann ich auch sofort hochspringen? Ah, so, ne, bitte, tot. Und, ein. So, hier. Und hier hin. Goodman. Bum, 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 so tot. Pfff, ffff, 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 ffff. Das war easy. Also, gut. Ein Leben schaffe ich. Was ist nämlich jetzt Flashman? Ja, nein. Armcannonblast. Nein, die Crashman ist keine Blackhose. Crashman ist in mir. Oh, mega, 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 mega. Yeah. Ja, das kann ich mir so merken, weil... Rentalschloss hat die gesamten Reihenfolgen... ...in seinem Video. Ja. Erzählt. Und, ja, also in sein Lyrics-Video. Bubble Man. So. Und... Bam, 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 bam. Ja. So. Und das war's. Aufladen. Und jetzt? Ganz oben ist so einer. Und es ist... Wily. Wie man sich so denken kann. What? Pfff. Okay. Okay. Gut. Ja. Ich mach mal lieber ein Safe State, denn... Oh Gott. Also, ich nehm Metal Man. Denk ich mal. Denn Metal Man war schon immer gut. So. Metal Man. Außer hier natürlich. Ne, doch nicht. So. So, wenn wir sehen. Oh Gott. Ich bin gleich tot. Scheiße, ich bin tot. Nein. Laden. Oh. Ist. So. Oh Gott. Ich will das Spiel zu Ende bringen. Echt? Höh. 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 Egal. Oh. Überspringen. 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 Treffen lassen. Okay. Höh. Wie soll man ihn schaffen? Continue. Höh. Höh. Was macht dann dein... Höh. Sag nicht, ich muss alle nochmal neu machen. Nene. 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 So. Oh! Ich will ihn heute noch senden. Okay, so ist genial. Okay. So. So, ganz schnell. Warum kann ich ihn nicht treffen? Okay. Ich informiere mich wie immer im Internet. Ciao!